Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel über LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir ja einen ganzen Part für die letzte Folge gebraucht, und zwar schütteln im Wald, der fiese Kampf gegen die Piraten. Und jetzt machen wir, ich falle dir zu Füßen. Hier, Rotoron, ich bin getroffen, Flieger explodiert, Roger, Rotoron, Schleudersitz bestätigt, Schleudersitz, Roger, Monarchus, aha! Ich sehe den Banditen, der mich angeschossen hat. Bitte um Genehmigung für Sunkflug und Zerstörung. Over, Genehmigungen erteilt, Rotoron, Weidmannsheid, Over. Ja, klingt da sehr viel nach Fallschirm-Action. Yeah, yeah, yeah. Weiß nicht, weiß nicht, ob mir das so gefällt. Ihr habt ja gesehen, wie ich mit einem Jetpack umgehen kann in der letzten Folge. Da ist der App, der Rote Baron und irgendwas. Ich muss mir den Auftrag im Fallschirm erledigen. Ich kann das nicht so schnell lesen, das geht so schnell weg, da kann auch kein Mensch lesen. Ja, kein Wurm. Sie müssen die Kiste erreichen. Ja, das habe ich verstanden. Per Fallschirm. Oh, nee. So, springen Sie. Zehn. Nein. Oh, Mann. Wow! 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 Oh, Mann. Ein bisschen mehr da, ein bisschen mehr da. Okay, ab springen. Ja, ich bleib mal hier. Ja, ich bleib mal hier oben. Jetzt schaffe ich doch nie im Leben in der Zeit. Da hinten. Es ist entscheidend, dass ich jetzt bis hier erschaffen. Einfach nur enemy, ey. Okay. Geronimo! Bämst! Wow! Kommt sogar mit der Windrichtung ein bisschen hin. So, wo wir jetzt sind. Wann ich vielleicht noch schaffen? Ne, das war aber lieber. Ne, das war ja auch nicht so. Okay, kein Ding. Ne, man ja auch nicht so. Sag, Bämst! Einfach mit Ruhe und Gelassenheit alles machen. Dann wird das schon gehen. Das ist zu weit, das ist zu weit. Hilfe! Hilfe! Mädi! Mädi! Nein, ein bisschen weiter nach da. Ein bisschen weiter nach da. Oh, Gott! Help me! Oh, mein Gott! So, zack. Oh, nein. Zumindest du... Nein! Nicht da lang! Pfff! Ich wollte nicht in die Richtung springen, eigentlich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen verständlich, oder? Ich wollte nicht da lang. Na gut. Ah! Okay, noch mal das Ganze. Überhaupt nicht nervenzerreibend und so. Verdammte Dreh! Oh, Mann! Ich hab da nur einmal X gedrückt, verdammt! Anscheinend aber zweimal, ne? Verdammt! Wie konnte das passieren? Ich verstehe es nicht. Der Ablauf, der macht für mich keinen Sinn. So, noch mal. Geronio! Da... Der tut den automatisch! Jetzt verstehe ich. Der tut den automatisch, ey. Deswegen. Und wenn ich X drücke, dann drücke ich den wieder weg. Leckt mich. Könnt ihr doch nicht machen, ey. Ich weiß schon. Ich tue ihn schon rechtzeitig aktivieren. Keine Sorge. Na gut, dass das Spiel sich so um mich sorgt. So, jetzt wo ich weiß, da tut automatisch den Fallschirm aktivieren, lasse ich jetzt mit dem X drücken mal. So, finde ich auch ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach mal! Nein, 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 nein! Ja, das... Ja, das... Da wird ein Running Gag in dieser Folge, da hat er sich da ein paar Mal runterfallen. Jetzt schaffe ich es nicht mal zum ersten Flugzeug. Ich war schon ganz unten. Ja, 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 ja. So schnell, nicht so schnell, Mann. Ja, das bringt es auf jeden Fall. So, und so blöd bin ich nicht. Ja, bis dahin kann ich. Da lag der und flog. Ein... Affenzahn nach unten, ne? So. Mach mal voll die geile Kurve hier. Eigentlich in eine Richtung, aber okay. Da lang. Da lang. Ja. 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 Jawohl. Ach. Ach. Wurde mal springen. Na, 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 na. Ei, 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 ei. Zwei Mal muss ich halt, glaub ich, machen, ne? Das ist ja auch zwei Flugzeuge. So, da hat es beim letzten Mal nicht gereicht. Was, was? Ja. Da ist mir sowas von egal. Ein paar Kratzer kann ich mir erlauben. Wie später Bombe. Nein, mach keinen Scheiß, Mann. Können wir nicht Freunde sein? Ja, pff. Ihr habt auch eigenes Schiff hier. So. Oh, Hilfe. So, wenn wir jetzt erst da drauf gehen. Nein, keine Granaten. Oh, Bazookas. Sehr gut. Boah, 20 Bazookas. Boah. Ihr habt mal ein Schiff verletzt. Dafür müsst ihr auch sterben. Na, erst mal ein General-Werwart. Na, erst mal der Bands. Verdammt. Na, Gott, da gibt es auch schon eine. Tja, und weggegangen. Bands. Geh weg. Mach das Loch wahrscheinlich jetzt noch größer, weil ich da runterfalle, ne? Ist da drin? Da ist Wasser, ne? Ich geh halt immer nicht hin. Sagt, verreckt. Ich hab' ich getroffen? Verdammt. Wie, ich hab' nicht getroffen. Wie die Gegner immer mit Futterboden ankommen, ne? Daneben! Jawohl. Ich glaub' ich hab' ich getroffen. Ja, das ist ein bisschen zurückgegangen. Hahaha. Bands. Und da gab's schon der Volk auch. Da ist nur noch du und ich General. Das ist kein Schonking, William Orne, der ist Agent, der ist Killer, der ist Astronaut, der ist General, der ist, was weiß ich, Pirat, vielleicht auch, der stirbt. Nein. Jawohl. Ha! Genau 10. General Sadist. Das war's. Der Feind wurde getötet. Gut gemacht. Boah, was für Ausdrucksweisen. Gold? Wie? Gold? 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 Nee, Silber. Verdammt. Verdammt. Aber ein Geil ist, da ist auch was. Was war das? Ah, Schlüssel. Was war da drin? Granaten, Schrockgewehr. Oma. Gibt's da auch noch, stimmt. Ah. Falsch, ein Contest. Yay. Ob ich die überhaupt machen werde? Keine Ahnung. Der Kreis im Oi. Der Bauer ist gar nicht glücklich. Nicht nur tauchen immer wieder geeignisvolle Muster in seinem Feld auf. Es hat auch noch Fieslinge aus einem anderen Universum am Hals, die Ärger machen. So geht das ja nicht. Schnappen sie sich die herumliegenden Waffen und zeigen sie den extra-terrestrischen, extra-terrestrischen Schurken. Ich habe keine Ahnung, was das Wort ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Also gehen wir einfach rein. Und töten. So wahrscheinlich wäre der allererste Satz, den ich nicht lesen kann, wenn der so schnell weggeht, ne? Alles klar. Konzentration, Konzentration. Wie Ufo. Die Typen sind echt lustig. Na? Wir haben ihnen ein Sicherheitspaar ein paar Biken gegeben. Dort können sie sich eine Brücke bauen. Wir werden über den... Da finden sie nötige Waffen für ihre Aufgabe. Wenn sie da Gefahr her... Oh, wir haben wieder Eiszeit, oder wie? So soll ich mir eine Brücke bauen zu dem Ufo, oder wie? Ich will mich einfach erst mal bleiben. Ich will eigentlich nichts passieren, wenn ich unter denen bin, ne? Die haben vier höheren Lebensbalken als wir. Und ein Frieren. Wart zum Bein. Ich habe den Besicht, weil du willst. Oh, er war auch unbesiegbar. Kann doch nicht gut ausgehen, ey. Du musst einfach erst mal hier ausrüsten mit allem Möglichen. Und dann gucken wir mal. Und dann machen wir die Aliens fettisch. Ich habe doch... Ich gehe aber kein Risiko ein. Und dann gehe ich da irgendwie ab und fall da rein und was weiß ich. Schlitterbombe brauche ich nicht. Und eingefroren. Und er ist auch eingefroren. Geil. Ich glaube, ich muss mir echt eine Brücke einbauen, ne? Nein, mach doch nicht meine Brücke kaputt. Die eine. Du kannst jetzt wagen. Ja, ich bin jetzt mal weg da in den Bahn. Hallo, Rainer. Auch hier. Das ist so weit weg. Das ist aber hier. Ja, warte, ich komme euch da hoch, ey. Und dann gibt es einen in die Fresse. Irgendwas. Wir melden in die Fresse. Ich habe schon die Wörter, ich gehe nicht ab. Ah! Boah. Wenn wir weiter sagen, wie ich da hochkommen soll, jetzt? Ich habe schon nie im Leben. Ich weiß auch, was dahinten ist. Ich habe schon nie im Leben. Oder? Oder? Ich habe schon nie im Leben. Nein. Ich habe schon nie im Leben. da habe ich da jetzt darum in einem balken noch ich glaube er nicht schnell und ich komme ich da hoch dann gibt es eins in die france sommerton so klappen nein ich habe das so noch besser reiner warte also das war schon klappt möchte dann hier hoch schaffen da erinnert ist so hoch nach hinten das so leck mich so und darunter das ist so ärgerlich ich habe ganz viel dynamit ja super das habe ich da ein stück weggesprengt jetzt muss man auch darauf kommen nicht klug mann ok so das passt doch perfekt ja hallo schön na hey all you base have belong to us hallo wenn er überlebt hat die space ranger robinson der hat überlebt natürlich hat er überlebt er muss denn da hinten auch noch wegballern genau und seine freunde auch das gibt es doch nicht was wir noch nicht so schwer mein gott wie viele sind dann noch das war dann eben habe ich das ich mache dann ja das war dann eben ja das war dann eben da ne nein was ist das für dreck die bobby bläst auf soll den kann ich jetzt mit zu machen verdammt toll kann ich jetzt nichts machen weil william singens reiner jetzt da ist warte ich erwarte hier nur empfangen hat bleibt verdammt das wird so schnell gott und gott betrifft nie die erde rockt allerdings war schon einmal er hat wesentlich überlegt danke die anderen beiden erledigen jetzt habe ich schon ihr eigenes schiff hier in die luft da muss der eine irgendwo abgelegen ist da er hat schon wieder gemacht ich will ich das du verdammt noch mal und falsche aktiviert ich mache das schon selber man wer hat denn aktiviert wenn ich da runtergefallen bin das gibt es doch nicht erwarte den schnapp ich mir jetzt hatte ich komme dir da jetzt runter robinson sagt er ist traurig aus hier raus einfach so knapp oh man hey na warte wo ist er einer jetzt hier und die erde gewinnt alles klar damit haben die aliens auch vernichtet den namen ist gezeigt mission erfolgreich von der erde ist gerettet sehr schön die eine freiligung der aliens oder wie sowas kriegt schon wieder gold ich verstehe nicht nach was geht dieses spiel ich verstehe einfach nicht die schüsse hat man den schon der kreis im heu abgeschlossen im baumdorf das machen wir in der nächsten folge vorlesen ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge